Heute nochmal großes Fußballfest im Ersten und vorher dürfen wir hallo und ganz herzlich willkommen heute zu Brisant. Unter anderem mit einem überraschenden Urteil in der Türkei heute, das besonders in Deutschland viele Menschen erstaunt. Dazu später mehr dann bei uns in der Sendung. Nach mehreren Explosionen in Hennef bei Bonn hat die Polizei dort ein riesiges Waffenlager entdeckt. Es mussten heute viele Kisten aus dem Haus getragen werden, gefüllt mit Kriegsmunition, unter anderem Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Waffen, die, wenn überhaupt, ins Museum gehören. Und die Hitze und das, was jetzt danach kommt, ist jetzt Thema bei uns. Die Wetterkenner, die hatten es vorausgesehen und das Wetter, das hat sich auch daran gehalten. In anderen Teilen Deutschlands ist es weiterhin sehr warm, da suchen viele noch das kühlende Wasser und in München gab es jetzt einen tödlichen Badeunfall. Dann ist heute in der Türkei ein überraschendes Urteil gefallen, das auch hier in Deutschland gespannt mitverfolgt wurde, obwohl diese Tat schon zwölf Jahre zurückliegt. Aber der Tod der jungen Deutsch-Türkin Hatun Sürichö hat damals über Berlin hinaus bewegt. Die junge Frau, die selbstbestimmt leben wollte, wurde damals ermordet. Und das hat große Diskussionen ausgelöst. Und heute nun, so viele Jahre danach, gab es das Urteil gegen zwei ihrer Brüder in der Türkei. Mit durchaus erstaunlichem Ausgang. Und hier passt der Spruch mal wieder. Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Navi, sonst sind Sie womöglich verlassen. Das hat jetzt auch eine Schulklasse erlebt und wie, ziemlich ordentlich, 60 Schüler auf dem Weg aus Hessen in einem Reisebus unterwegs nach Hause. Und der Fahrer hat leider blind auf die Technik vertraut. Und den Ort Norddeich, vielleicht schon mal gehört, den gibt es nicht nur einmal in Deutschland. Genau, und natürlich wollten Sie nicht nach Hause, sondern Sie wollten in diesen Urlaubsort. Da war ich verdreht, nicht auf dem Navi vertrauen. So, wir gucken jetzt nochmal auf weitere Nachrichten. Heute an diesem Tag in Großbritannien hat ein Tiger eine Frau angefallen. Im Zoo ist das passiert. Und deshalb gab es große Aufregung dort dazu jetzt mehr. Mag man nun ein größerer Hundefreund sein oder nicht? Sicherlich kann man sich aber darauf einigen, dass Tiere vergiften etwas ist, das wir alle ablehnen. In Berlin riskiert aber offenbar ein Hundehasser, dass genau das passiert, dass Tiere sogar sterben. Dort werden immer wieder Hunde vergiftet und es ist noch nicht so ganz klar, womit. Jetzt läuft das große Rätselraten und natürlich sind sehr viele Hundebesitzer in größter Sorge. Und so brisant gehört natürlich auch die Prominenz an diesem Tag. Und damit geht es jetzt weiter, unter anderem mit der Baywatch-Premiere in Berlin. Die droht ganz schön ins Wasser zu fallen und dann noch dem, was Ralf Siegel um den Schlaf bringt. Jetzt. Und mit ihm legen wir los. Ralf Siegel, Mr. Grand Prix. Der schwärmt heute bei uns von seinem Patchwork-Leben und von seiner neuen schlafraubenden Aufgabe. Es hat mal nichts mit dem Eurovision Song Contest zu tun und nicht mit schönen Frauen und trotzdem ist der Mann ganz begeistert. Sein neuestes Baby ist zweimal so groß wie ein Fußballfeld und hat Ralf Siegel fast geschafft. Weiter geht es mit Tiger Woods. Eigentlich ist dieser Mann ja Golf-Super-Superstar und dafür verehren ihn auch seine Fans. Aber weltweit berühmt wurde er dann doch eher wegen seiner Aktivitäten abseits des Sports. All das war aber schon vergeben und vergessen. Aber nun ist abermals etwas passiert, wofür er sich im Nachhinein lieber etwas kleinlaut entschuldigen möchte. Dafür haben wir jetzt Kontrastprogramm. Eine strahlende Kronprinzessin Viktoria von Schweden, die einen Mann sehr, sehr glücklich gemacht hat. Also kein Baywatch-Alarm heute in Berlin, aber dafür Fußball und zwar genau jetzt hier im Ersten. Und deshalb haben wir uns auch ganz doll beeilt. Es geht damit jetzt weiter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns sehr auf morgen. Ab 17.15 Uhr sind wir dann wieder da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.